Ich wünsche mir für die GLP Kanton Soledurn und für die nächsten zehn Jahre, dass wir weiterhin so einen bunten Haufen an Leuten sein, Junge und Alte, Unternehmer und Angestellte, Leute, die sich für das Soziales, für die Umwelt, für die Wirtschaft und für einen liberalen Geist interessieren und dass wir weiterhin die Energie aufbringen, um so viele kleine Parteien zu bewirken. Wir Blazeも weiterhin ausr Preise aufbekmmen. Das ist egal, dass wir auch die Giskur halten, innove, gel gel ist nicht so viele Alcoholer herstellungen. Und die Möglichkeiten der Hongrie zum Professor Wir�니다. Der último Jahr wird wirklich ein Kunst.